Als Branka und ich uns kennengelernt haben, war sie auf einer Tournee mit einer großen Eislauf-Revue. Ja, mit dem Titel, heiße Ritmen, kalte Füße. Danach ist sie in die Mongolei gereist, habe umgesattet als Businessfrau, habe verkauft Thermomix. Geschäft lief sehr gut, habe verkauft drei Stück, dann war die Markt gesättigt. Ziemlich ein Freude, Ziemlich ein Freude, Ziemlich ein Freude. Der Angreifer wirkt. Mit der noch verbliebenen Atemluft pustet sie dem Angreifer ins Gesicht. Ciao, dort kommt hinse. Ziemlich ein Freude Ich hab mich in den Händen und ich, w hundredseh zwöljt, und ich hab mich in den Händen und ich bin zu spät. Durch diese Nacht, die letzte Nacht ist mein Job. Mein Job ist mein Job. La Jeremili.